Musik Musik Sie befinden sich hier heute Abend in der Winterresidenz der Jagdhornbläsergruppe des Hegrings Steinfeld. Wir sind mit 15 Bläsern, das heißt es sind auch Bläserinnen dabei. Unsere Aufgabe ist es, das Jagdhornblasen für den Hegrings Steinfeld zu Sachen wie Jagden, Festigkeiten und natürlich auch bei Beerdigungen zu blasen. Des Weiteren machen wir auch ein Blasen, wenn es bei der Gemeinde gewünscht wird oder auch wenn Jäger ein Jubiläum haben, sei es goldene Hochzeiten oder besondere Verdienste gehabt haben. Die Übungsabende sind normalerweise einmal in der Woche montags. Im Sommer ist eine kleine Sommerpause und somit sind wir nach Bedarf immer bereit für den Hegring. Man muss natürlich dazu sagen, wir sind keine Profi-Gruppe, wir sind eine Hobby-Gruppe und da ist es dann nun mal so, dass es nicht immer alles so klappt, wie es man mal klappen sollte. Mit einem Weihnachtslied wünschen wir nun allen OV-Lesern, Hörern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und natürlich viel Glück im neuen Jahr. Dann noch auf.